Was? Nummer 1. Was ist los? Schimpfen? Der Kopf juckt. Aber ist das der böse kleine Finger? Den muss man fangen. Den muss man fangen, ja. Und kämpfen muss man mit dem. Ja, der ist böse, böse, böse. Sprecherfinger, ne? Hallo. Ähm. Hallo. Nummer 3. Wo willst du denn hin? Wo sind dein Geschwisterchen hin? Bergsteiger? Hallo Nummer 3. Hey, du Berg. Du bist doch hier kein Bergsteiger. Geh mal wieder runter. Weißt du, ist du Meckerfritze? Was ist du, Meckerfritze? Was ist du, Meckerfritze? Was ist du, Meckerfritze? Zeig mal, wie schön du schon auf den Finger klettern kannst. Ja, fein. Machst du dich einmal? Hier. Zeig mal, wie schön du das schon kannst. Ja? Fein. Ja, genau. Okay, mal so ein großes Vögelchen schon, ne? Kannst du dann auch hier erklettern. Ja. 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 Und wieder zurück zu in der Kiste. Darfst du wieder runter gehen? Du darfst wieder runter. Machst du nicht runter gehen? Ja. Ja. Du darfst wieder runter gehen. Ja. Lieber noch ein bisschen kämpfen. Ja. 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 Lieber noch ein bisschen kämpfen. Ja. Ja. Oh, wer kommt da? Oh Gott, schnell verstecken, Nummer 3. Ist das schrecklich. Ja, so groß schon hier. Nummer 1 kann schon so toll aufs Finger setzen. Oh, Nummer 1? Ja. Mal mal kurz auf Stopp hier.